Es gibt zwei verschiedene Arten von Objektpronomen. Pronom-Komplement d'Objet. Die direkten und die indirekten Pronomen. Im kommenden Satz ersetzt man das direkte Objekt durch ein Pronomen. Je prends le train. Je le prends. Ich nehme den Zug. Ich nehme ihn. Im folgenden Satz dagegen wird das indirekte Objekt durch das Pronomen ersetzt. Je donne le cadeau à ma soeur. Je lui donne le cadeau. Ich gebe meiner Schwester das Geschenk. Ich gebe ihr das Geschenk. Aber raffinierter und schwieriger wird es, wenn man beide Pronomen gleichzeitig ersetzt. Je le lui donne. Ich gebe es ihr. Kompliziert? Aber nein. Ich zeige Ihnen, welche Formen man verwendet und in welcher Reihenfolge die Pronomen zusammen angewandt werden. Sehen Sie sich die Formen der direkten Objektpronomen an. Wir bilden zusammen Beispiele, in denen wir sie finden. Il me regarde. Er schaut mich an. Il t'observe. Er beobachtet dich. Elle le voit tous les jours. Sie sieht ihn jeden Tag. Je la rencontre demain. Ich lerne sie morgen kennen. Il nous appelle souvent. Sie rufen uns oft an. Je vous vois. Ich sehe euch. Il les entend parler. Er hört sie sprechen. Das Partizip bleibt unverändert, obgleich das Subjekt männlich, weiblich, im Singular oder Plural ist. Wie Sie sicher gemerkt haben, wird das direkte Objektpronomen zwischen Subjekt und Verb verwendet. In zusammengesetzten Zeiten findet man es vor dem konjugierten Verb. Je les vu. Ich habe ihn gesehen. Zu viele Formen auf einmal. Die indirekten Objektpronomen, Pronom-Komplement d'Objet indirekt, sind bis auf zwei Formen mit den direkten Objektpronomen identisch. Il me raconte une histoire. Er erzählt mir eine Geschichte. Elle te donne son livre. Sie gibt dir ihr Buch. Vous nous dites votre secret. Sagt ihr uns euer Geheimnis? Elle vous offre des Fleurs. Sie schenkt euch Blumen. Sie schenkt euch Blumen. Schon gemerkt? Die dritte Person Singular und die dritte Person Plural haben eine andere Form als die direkten Pronomen. Il lui parle sans arrêt. Er redet ständig mit ihm, mit ihr. Il leur apprêté de l'argent. Er hat ihnen Geld geliehen. In der dritten Person gibt es nur eine Form für männliche und weibliche Objekte. Das indirekte Pronomen wird ebenso wie das direkte Pronomen zwischen Subjekt und Verb verwendet. Was tun, wenn man jetzt gleichzeitig das direkte und das indirekte Objekt durch Pronomen ersetzt? Die Formen haben wir bereits kennengelernt. Es geht nur noch um die Reihenfolge im Satz. Die Reihenfolge muss man leider in zwei Etappen auswendig lernen. Me, te, nous, vous, plus le, la, l'apostrophe les. Je te la donne. Ich gebe sie dir. Nous vous les prétons. Wir leihen sie ihnen. Ich gebe sie ihm. Ich gebe sie ihr. Nous les leurs prétons. Wir leihen sie ihnen. Schwierig? Um es zu üben, versuchen Sie doch, so viele Beispiele wie möglich selbst zu bilden. Die Objektpronomen. Je vous les ai expliqué. Vous les avez compris? Ich habe sie ihnen erklärt. Haben Sie sie verstanden? Ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen klarer geworden ist.